hallo leute willkommen zu einer weiteren folge minecraft anno und zwar zur vierten folge dritten folge vierten folge zusammen mit leonard aka bruno leander aka onkel konrad fabian und gerade auf und gerade in den talks sind auch noch levin und die andere stadt im endeffekt und die warten gerade an ihrem messer portal dass wir den befehl geben und dann ja ging die auch in die nether und wir gehen alle in die nether und machen nether party alle reinstehen jetzt direkt eine festung der spiel zu korrigieren okay ja ich habe gehört wir müssen unsere rucksäcke placen ich hatte bei mir jetzt geht jetzt alle gerade hoch und noch viele nether skedette bei mir ich bin jetzt hoch gerade ich glaube wir müssen uns beiden wir brauchen die lohn dinger ich bin direkt gestorben bei der tausend skedette waren die menschen verkackt die haben alles die haben alles glutet hier müssen hier oben sind drei spawner mit zwei spawner wir haben eine wir haben eine gewonnen projekt durchgespielt haha das war's mit minecraft anno schaut nächstes mal bei micro fallout zu auch ich habe auch eine kommt die hoch okay vielleicht auch ich habe zu wenig hp haha ich bin beim spawner ich gucke nach kisten was würdest ich bin gerade allein beim spawner wäre gut wenn hier irgendwer herkommen könnte ich bin ohne ich habe mich eben hoch gebaut auf einmal tausend wirst das geld gefallen auf mich drauf wirklich das war gerade so krank ja zunni bau dich ein stückchen höher dann bist du da hast du ja ja wir nehmen schon oh mein gott das war die falsche taste mein gott für die dann schwert nicht wenn die das treffen gewonnen die attackieren information ja so ganz nebenbei das schild ist kein schild wo man drauf schreiben kann mit einem komischen design es ist ein ganz geiles für sogar merke ich gerade meine rechte gedrückt jetzt gehen die feuerbälle zurück und treffen die dann haben wir gewonnen da steht es magnetisch haben wenn du zielst dann zieht die items an der weiß ich muss mal ein bisschen was trinken hier so ab zum nächsten ok könnte gut sein dass jetzt verbrenner ja sonst machst du eine notfallteleportation ok sieht gerade sieht gerade gut aus ich habe schon vier komplette rüstung fange ich jetzt an langsam zu brennen ich habe alles an gerade ich habe den rucksack extra weggepackt dafür diese rüstung bringt zwar nicht ganz so viel wir haben einen guten start gehabt wir haben direkt stehen wir bekommen ich hoffe die haben keine bekommen ich habe zwei gerade wie viel hast du ja und ich werde gleich eliminiert werden müssen wir haben die haben die never warzen scheiße ok die schilder sind op die schilder sind op die machen mir keinen schaden die skelette die können wir keinen schaden machen nice die bekommen selbst nur welchen warum brenne ich auf einmal durch was ich habe einen ich habe seelensand die haben aber nicht wirklich wo seid ihr denn jetzt alle hin auf jeden fall alles ich habe kobold das ist das op-ste was es nur gibt die war ja denkst die stange bekommen oder hinten zwar jetzt richtig hier sind gerade welche das aber auch verlieren ja ich würde wissen wo ihr seid aber es hat sich inzwischen geklärt ich werde jetzt verbrennen nice lernen dann nimm einfach mal an oder wie viel von diesen lohnstab brauchen für diesen teil eins nur gg ok dann reicht das ja ja was für ne teleport uah ok die sind ähm fack 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 don't sterb don't sterb don't sterb copyrights weg ich mach ich kann euch helfen wenn ihr sterbt teleportier dich eben her im schaden bei mir sind creeper kurken creeper kurken in unserem haus perfekt nicht in unserem haus wer rufst du denn gespawnt ja zum glück habt ihr mein bett immer nur abgeholt ich verbrenne ich verbrenne zu langsam fabian fabian ähm danke für support äh ja support war gerade nicht anwählend support musste sich gerade um andere person kümmern äh kobold das ist doch total gut dass du mein heim aufgehoben hast kobold ist das krankeste was es gibt nimmt das auf jeden fall mit äh äh lennart hat bestimmt drei mal drei mal kobold schon gesehen und fünf mal liegen lassen oh mein gott ich bin gleich tot ich bin gleich tot ich bin gleich tot ja durchs total wir werden nie wieder an unsere sachen rankommen oh mein fucking god na guys graf hier mal wo ich ein schild hab fast spawn blaze in der oberwelt oh mein gott alter kann niemand Seelen sind und so weiter meiner wenn ich jetzt sterbe ne ja WTF ich hab ne Seelenperle Fabian kannst du vielleicht irgendwas machen äh gleich müsste selber mich kurz schützen ja WTF tut da viele und ich wurde natürlich getroffen weil warum auch nicht wenn du stoppst ne dann weiß ich nicht weiter er muss TPR machen schnell ja 17 Sekunden warten TPR geht Zwischendimension oder ja ja das ist geil das ist verdammt geil weil ich sonst vermutlich irgendwie demnächst noch drauf gehen werde rausgeworfen spamming spamming ha 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 ich hab Fabian mit den Nachrichten gescammt da 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 mhm okay sehr interessante in dieser Folge hier mhm ich fand die war voll gut eigentlich bisher ja alles was wir gesammelt haben äh wir haben mhm lerne doch nicht am Palu eine bisschen Lohns ja ich wollte es im Lohnen Fabian weil ich halt leider gestorben bin äh ich hab grad neulstück vielleicht tüttest du die kleinen Gurken da vorne ok ich hab mir aber nicht viel HP ich weiß nicht ob ich es schaffe oh mein Gott du bist der einzige warte 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 ja dann bleib du bleib du hier in Sicherheit weißt du wo dein Grab ist weißt du wo dein Grab ist ja ja weiß ich mach ein screenshot sonst wenn ich bin dann nur fest ich weiß wo es ist wo war doch nochmal vor allem er hat nur irgendwie Internet des Todes um direkt rum oh mein Gott hier sind 15 Blaze Dinger Hilfe Tony die Russen sind die tot kann ich an meine Sachen ran oh mein Gott oh mein Gott nein 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 sind sie nicht sind sie nicht komm zurück das sind ein paar Filo das sind ein paar Filo das sind ein Quark-Ding Tony teleportier dich schnell zu mir wieso steh und spy ich bin fast tot oh ich hör euch bei den braces nein warum so an meine Sachen ran kommen nimm an nimm an nimm an nimm an nimm an Fabian du kannst auch mich zu mir brennen wieso brenne ich jetzt ja noch iKoW classic ich bin gleich wieder tot ich auch wir kommen im Team eineinhalb Herzen zum Glück Fabian hast du nur meinen Helm aufgehoben Weswegen ich, ähm, keinen Schuss hab Warte Ich werd gesmiped Oh mein Gott Tony, bei uns sind 20.000 Dinger Ich sehle sie, ich komm zu euch Benutzt einfach euer Schild hier Kampfschild, Kampfbus, Scheiße Ja, verhasst mich nicht, Lennart Ja, ich bin tot Weil ich durch die Wand getroffen wurde von so nem Scheißhaufen Jetzt bin ich ehrlich, was ist das? Wofür baut man denn Wände? Neuerdings kann durch Wände das durchgehen Nein, nein, Lennart Ich habe meine Items hier Ich werde ganz bestimmt jetzt nicht wechseln Junge, jetzt sterb ich wieder Ich bin doch genau weit hier Ja, aber Leander ist bei den, äh, Items von mir So Okay, irgendeiner von euch muss jetzt zu uns kommen Weil wir sonst echt gut haben Ja, ich mach jetzt alle mit dem Bogen weg Ich hab kein Bock mehr Ich hab mir jetzt hier so ein kleines bisschen gebaut Hier ist auch ein Gast Jetzt werde ich hier rausschüsse Ja, Leckerli Ja, hä? Ja Es leckt noch mehr als sonst wo Oh mein Gott, hier hat direkt vor meiner Fresse Spawn die Fabian, nimm an, nimm an, nimm an Mach ich gerade Können die nicht die Spawn einfach mal ein bisschen Ja, ich werde die auch sofort zerstören Wer denn da? Nimm deine Sachen Gut, dass der Bogen backt In dem Server Ja, ich weiß Och Junge, was ist denn das? Hm, ich spiel mit dem Feuer Ich hab einen zwei mal abgebaut Den vor uns? Äh, ich weiß nicht genau wo Ich hab die zwei mal abgebaut Ja, da wo die fucking Wände sind Nichts? Ja, ich hab hier so Ja Also, warte, vor euch Ich baue den vor uns Ich hab nicht viel Basalt Okay, ne, warte, den vor uns mach ich Können, kannst du uns beistehen? Mhm, warte Ich hab den jetzt vor uns abgebaut, Leander Hier stehen Ja gut Hier stehen noch, äh Hier stehen noch zwei Rücksäcke Was mit denen? Das sind meine und Leander Das sind seine Brauchen wir jetzt ein Skelett Das will mitmachen Tony, bitte Einfach zu Gott Das ist Bisschen heikel hier Glocken, ne? Was ist jetzt hier los? Ja Guck, wie viele Hier ist Krieg Die Hälfte ist auch schon weg davon Oh mein Gott, was ist das hier? Ja Stimmste Folge 11 Ich find die ganz passisch YouTube wird die sperren Fabian, du musst mich irgendwie teleportieren Ich werd sie nennen, ähm Messertod Äh, geht nicht, Lander, weil wir nicht in der gleichen Dimension sind Geht nur mit TPR Ähm Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau Ich werd die Folge Äh, äh Das Imperium stirbt nennen Ah, danke, was war das? Ich hab keinen Bogen, ne? Ihr müsst schießen Achso Ich hab keinen Bogen, da bin ich ehrlich gesagt sehr froh drüber So GG Mein Bogen hat Punch Und auf den Weg fliegen Wie das AKP Ja, und alle, die ich anschießen will, sind auf einmal weg Kommst du da, dann mach die PA zu mir Schnell, dein Grab ist hier Ich bin grad Neverding hier Und dann kannst du mich teleportieren Nice Gut, dann werd ich mich von diesem verfluchten Morty einfach mal ein bisschen weggehen Ich freu mich über den Hochofen Mhm Den wir dann bald mal endlich machen können Also ist Eisen, äh, Stahl jetzt auch legitim geworden als legale Bausubstanz Einfach Stahl Brauchen wir Seelensand? Seelensand? Nein, Stahl, mein ich Stahl Ja, natürlich Okay Noch mehr Kugel So was meinst du brauchen, wir fahren? Seelensand Ja, ein bisschen, ne? Aber nicht so viel Also nicht, wenn ich mir zahle mitfahren bin Oh mein Gott, wenn ich jetzt sterbe, ne? Nein, 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 nein Eher ein Feuerhund, so ein Feuerhund ist das irgendwie Oh mein Gott, bei mir ist so was Hier, hier, wo du saßt Oh, töten wir, töten wir ihn Bei mir sind Pferdereiter gespielt Leder und Lohnstaub Lohnstaub? Wie? Hier kann man bestimmt zähmen, das ist so ein Hund Ein Hund, das für ein Hund Allerdings, meine beiden Hunde, die ich hatte, sind einfach beide gestorben, weil sie ertrunken sind Total irgendeine dumme Viecher Das sind geile Hunde, die angreifen können und so, also die machen mega viel Schaden dann Oh, das ist geil Also, solange der Typ nicht Solange dieser fucking Hund nicht ertrinkt Haha, der wird nicht mehr trinken beim Wasser Der wird einfach sterben, direkt Das war nämlich die ganz schön große Verarsche Muss ich mal ein professionelles Minecraft runterbauen machen Ich, ich geh gleich auf Auf, 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 auf Und da komm ich nicht weiter runter Na, ich kann eine Brücke bauen Mal gucken Ja, so viel zur Brücke würde ich sagen, ne? Ja, es hat gedeckt, das war das, was ich meinte Oh mein Gott! Die sind von Anfang an aggressiv Oh, dropen die vier Leder Ja Noch mega lag? Ne Nö, eigentlich geht gerade das Ist da eine Oberfläche? Nein Kannst du kurz da hin? Ich wollte noch das letzte Cobalt hier eben davon, was noch ist Bevor ich einen kleinen Wechsel-Switch mache Stell mir kurz an, dass der Ander hier auch immer rein kann Also mein Internet finde ich gut Ah Hallo Hallo und so Okay, also Ich bin auf vier Vier Ban Lennart Weil er einfach alles Mögliche Für irgendeinen Crap rausgibt Alles was wir haben Was meinst du? Dass wir nichts an gebrauchbaren Sachen haben Weil er immer alles verkraftet Zu irgendwelchen Sachen Wir haben 5 19 Kolben 15 Werfer Ohne Grund Lennart craftet das glaube ich nicht ohne Grund Kann ich mir zumindest nicht vorstellen Das würde keinen Sinn machen Ja Wenn es nur in der Kiste liegt wäre auch scheiße Also ich sag nur Wenn das eure Sachen gemeinsame Sachen sind Dann Also ihr für das Die Finger einfach von Von meinen Sachen Weil ich bin Im Voraus habe ich schon überlegt Dass das eine Scheißidee ist Mit Sachen teilen Und deshalb auch gesagt Ich möchte meine Sachen gerne nicht teilen Wir können gerne dann Wenn ich halt mit Absprache Kann ich mir Von mir aus was nehmen von euch Wenn ich das darf Ansonsten lasse ich das Weil bei meinen Sachen Ganz normal Fahr mir meinen eigenen Scheiß Und dann ist gut Und dann nimmt kurz an Weil Und dann nimmt keiner was von mir Äh Jetzt habe ich genug Kobalt Ich habe 46 plus 40 Nach meiner Kiste Das heißt wir haben genug für Leben Er hat einfach diese fucking Ziegelsteine gemacht Vielleicht gibt doch einfach mal was er bauen möchte Nichts baut der Der wird gebahnt Ganz einfach Ja Weil man beim Craft noch schon anfängt was zu bauen Ja Lern dann nicht jeder ist Multitaskingfähig So wie du Wollte ich nur noch mal eben zu kurz sagen Ich bin jetzt besser gar nicht schon kaputt Nein Okay Jetzt ist sie aber kaputt Nice nice Äh Wo bin ich denn? Ach hier bin ich gerade Wo mache ich denn jetzt diesen Zink rein Okay Somit würde ich jetzt einfach mal sagen Das war es mit dieser kleinen Super duper Nesser Folge Mit einem kleinen Super duper Fight Ähm Somit dann Ciao Leute Ciao Leute Du 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ... ......